Easy, was geht Leute? Heute sind wir auf dem CSD 2022. Live from Earth hat ein Wagen von Nike gesponsert. Wir nehmen euch heute mit, verbringt mit uns den Tag. Yes sir, let's go! Schaut das Video bis zum Ende an, denn am Ende haben wir eine kleine Überraschung für euch. Berlin Fit Check. Berlin Fit Check. Shoutout an Henry, weil der hat geklärt, dass Nike uns Sachen schickt. Dann habe ich mir diese Weste ausgesucht und die ist einfach von Cactus Jack. Und ich liebe die jetzt schon. Hard, hard, hard. Ja, easy. Lass mal den Wagen suchen, oder? Let's go! Okay, nächste Quest. Live from Earth Wagen finden. Wir müssen jetzt erstmal den Wagen finden, ey. Hier ist so viel los. Das ist wirklich insane. Ja, Digga, schreib mal. First Impressions. Bunt. Bunt, 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 kein Netz. Ich finde, die Vibe ist Be Yourself. Sei stolz, du selber zu sein. Sei. Immer. Amen. Egal, wer dir was anderes sagt, sei du selber. Free Hugs. Was sagt Bad Ideas Only zu Krieg und Diskriminierung? Krieg ist schlecht. Diskriminierung ist cool. Diskriminierung ist genauso schlecht. Was ist das hier für ein Band? Neigband. Damit können wir auch den Wagen gehen. Wie dauert? Wie dauert es indikation. Wagen. Woop, Kids? Das war's für heute. Wir sind von Vogue, Germany. Können wir ein Video mit euch machen? Ja, ja, ja. Stay hydrated, always. Hydro, homie. Immer am hydraten. Immer am hydraten. Mit Eichhorn natürlich. Rule number one. Damn, sir. I can't film you. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Fitcheck. Fitcheck. Born Twins. The only one. Nice. Amazing. Thank you. Thank you. Nice. We sammle heute Umarmungen wie Pokemons. Oh shit. Nice. How the Hugs collect. Nice. Secured. Loaded. Three hugs. Nice. 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 Danke schön. Danke schön. Danke schön. Jetzt kommen wir. Ein Hugs! Danke schön. Vielen Hugs! Danke schön. Das war's für heute. You made it! Yes! CSD 2022 Wir hoffen euch hat's gefallen. Wir hoffen ihr hattet so viel Spaß wie wir. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Easy, wenn du das Video bis zum Ende angeschaut hast, dann Shoutout an dich. Vielen Dank. Wir haben zwei Neuigkeiten für euch. Bevor ich aber dazu komme, will ich mich noch bei euch bedanken für 500 Abonnenten. Ich weiß, für viele ist das nicht viel, aber ich freue mich von Herzen über jeden von euch. Kommen wir zu den Neuigkeiten. Wir haben den Merch Store eröffnet. Da könnt ihr euch ein paar freshe T-Shirts koppen und den Channel supporten, wenn ihr Bock habt. Wir haben ein super Team, das verschickt eure Sachen direkt nach Eingang eurer Bestellung. Das heißt, die Sachen sind in drei bis fünf Tagen bei euch. Deshalb holt euch ein paar freshe Designs. Ihr wisst Bescheid. Des Weiteren, wir machen ein Giveaway in den Kommentaren. Das heißt, an eins der Kommentare verlosen wir ein T-Shirt. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Ihr müsst nur kommentieren, das Video liken und uns auf IG folgen. Vielen Dank an alle, die zuschauen und jetzt schon mit dabei sind. Ich küsse euer Auge und bis zum nächsten Mal. Yes Sir!